Programmieren mit BlueBot. Über die BlueBot App. Die gibt es kostenfrei für iOS und Android-Geräte. Zunächst müsst ihr zwischen Tablet und Roboter die Bluetooth-Verbindung herstellen. Dazu schaltet ihr den BlueBot an und wählt euren BlueBot aus. Übrigens kann man über die App den BlueBots auch unterschiedliche Namen geben. Die App ist in drei Kapitel unterteilt. Steuerungsmodus, Forschermodus und Challenge-Modus. Im Steuerungsmodus steuert man den Roboter mit der App wie mit einer Fernbedienung. Auf dem Bedienfeld auf dem Bildschirm gibt es die gleichen vier Richtungsbefehle wie auf den Tasten des BlueBots. Vor, Zurück, Drehung nach links und Drehung nach rechts. Tippt man auf eine Befehlstaste, wird die Bewegung vom Roboter sogleich ausgeführt. Hier wird also noch nicht im Voraus eine Abfolge an mehreren Befehlen programmiert, sondern man sieht die sofortige Wirkung einzelner Befehle. Im Forschermodus dann können erste kurze Befehlsreihen programmiert werden. Fangen wir mit dem Abschnitt Schritt für Schritt an. Zunächst muss eine Bodenmatte ausgewählt werden. Entweder man wählt einen weißen Hintergrund oder eine Matte aus der Bibliothek oder man nimmt seine eigene auf mit der Kamera. Ich empfehle euer Raster nicht mit der BlueBot-Kamera-Funktion aufzunehmen, sondern mit der ganz normalen Kamera-App von eurem Tablet. Dann wird die Qualität des Fotos etwas besser. Verwendet ihr eine Bodenmatte mit Raster, sollte dieses mindestens 4x4 Quadrate enthalten. Nun öffnet ihr in der BlueBot-App euren Fotoordner und fügt euer Foto hinzu. Es geht übrigens auch eine Bodenmatte ohne Raster, weil er jetzt dieses in der App hinzufügt. Dazu müsst ihr die Anzahl der Spalten und der Zeilen anpassen und das Foto auch etwas vergrößern oder verkleinern. Ist ein Raster schon auf eurem Foto vorhanden, versucht es möglichst genau an das Raster der App anzupassen. Zum Schluss auf Speichern gehen und fertig ist euer Hintergrundraster. Wir wollen Schritt für Schritt einen Weg von A nach B für den BlueBot programmieren. Jeder Befehl, den wir eingeben, wird vom BlueBot auf dem Bildschirm schon Schritt für Schritt ausprobiert. Erst nach Tippen auf Los wird das gesamte Programm an den BlueBot übermittelt und er setzt sich in Bewegung und läuft seinen Weg von A nach B. Den zurückgelegten Weg kann man sich übrigens anzeigen lassen, indem man auf den kleinen Stift tippt. Im Abschnitt Grundlagen werden bei der Programmierung nicht parallel die einzelnen Bewegungsschritte auf dem Bildschirm gezeigt, sondern erst dann, wenn das Programm mit dem Tippen auf Los übertragen und ausgeführt wird. Einmal vor und nochmal vor. Halt! Komm zurück! Gucken wir uns nach den Grundlagen den Abschnitt Wiederholungen an. Hier wird ein neuer Begriff aus der Welt der Programmierung eingefügt, und zwar die Schleife. Befehle, die wiederholt werden, können in eine Schleife gesetzt werden. Bei uns zum Beispiel soll sich der Roboter auf seinem Weg von A nach B auf dem Feld der Lokomotive drehen. Die 90 Grad Drehung nach links soll also insgesamt viermal durchgeführt werden. Dafür tippen wir auf den grünen Kreis mit dem Rechteck und den Pfeilen für Wiederhole und müssen dann die Drehung nach links einmal ausführen lassen plus drei Wiederholungen, damit er insgesamt viermal ausgeführt wird. Schauen wir mal, ob es klappt. Los geht's! Der jeweilige Befehl, der gerade ausgeführt wird, löscht übrigens orange auf dem Bildschirm auf. Eins, zwei, drei, vier. Die Wiederholung hat geklappt. Wer genau hingeschaut hat, hat vielleicht die Diskrepanz entdeckt, was der Roboter auf dem Bildschirm und was der Roboter in echt gemacht hat. Auf dem Bildschirm hat er sich nämlich nur dreimal gedreht. Der Befehl wurde also nur dreimal ausgeführt, in echt aber viermal. Dadurch sind sie an verschiedenen Endpunkten angekommen. Es empfiehlt sich also, wenn man die Wiederholungen benutzen will, vielleicht nur in der App zu programmieren und es nicht parallel vom echten Roboter ausführen zu lassen. Probieren wir die 45-Grad-Drehungen aus. Das sind zwei neue Richtungsbefehle. Statt 90 Grad dreht sich der Roboter nur jeweils 45 Grad nach links oder rechts. Das heißt, BlueBot kann abkürzen und fährt diagonal von einem Feld zum anderen. Wichtig dabei ist, ein bisschen auf die Ausrichtung des Roboters zu achten, sonst kommt er nämlich nicht da an, wo man will. Daher bietet es sich an, auch die 45-Grad-Befehle vielleicht nur während der Programmierung in der App zu benutzen und nicht mit dem echten Roboter ausführen zu lassen. Übrigens kann man alle programmierten Programme unter einem eigenen Namen speichern und später wieder aufrufen. Dazu oben links einfach auf den Ordner tippen. Gelöscht werden können die Befehle über die X-Taste. Über die kleine Fahne oben rechts kann man den Challenges-Modus aufrufen. Hier müssen verschiedene Aufgaben gemeistert werden, wie zum Beispiel dem BlueBot eine Strecke von A nach B gehen zu lassen. Hier werden übrigens die Aufgaben ohne den echten BlueBot programmiert, sondern einfach nur auf dem Bildschirm in der App. Bei den Hindernisherausforderungen werden dem BlueBot auf das Raster Hindernisse gestellt, die er umfahren muss. Des Weiteren gibt es Challenges, bei denen weniger Befehle zur Verfügung stehen. Hier ist zum Beispiel die 90 Grad Drehung nach rechts inaktiv. Das heißt, man muss so mit seinen Befehlen drum herum arbeiten, dass man auch ohne diesen Befehl Drehung nach rechts an sein Ziel kommt. Das heißt, hier muss sich der Roboter jetzt einfach links rumdrehen und zwar so lange, bis er in der richtigen Richtung wieder steht. Ups, das waren zwei Drehungen nach links zu viel. Da geht man einfach auf den Befehl, den man löschen will und wischt ihn nach rechts raus und dann ist das Feld wieder leer. Probieren wir noch die Aufgaben mit den zufälligen Befehlen. Hier werden uns in der Leiste Befehle vorgegeben und wir müssen schauen, auf welchem Feld wird denn der Roboter ankommen, wenn er diese Befehle abspielt. Und dahin schieben wir dann die Zielfahne. Schauen wir nochmal oben im Menü ganz rechts auf das Zahnrad in die Einstellungen. Hier können wir unter Knöpfe auch selbst Knöpfe bestimmen, die wir deaktivieren wollen. Wie hier zum Beispiel einen Schritt vorwärts. Um den Befehl wieder zu aktivieren, gehen wir einfach wieder in Einstellungen, auf Knöpfe und tippen wieder auf den Befehl. Er wird orange und kann wieder voll verwendet werden. Unter Einstellungen findet man auch die Aufnahmefunktion für die eigene Stimme. Vorwärts. Um den Befehlstasten eigene Töne aufzuspielen. Rückwärts. Tippt man auf Reset, wird die eigene Stimme wieder gelöscht. Rückwärts. Rückwärts. буквist. Ältere Töne. ough scr for daten. キ po cultures. Begleーps. Ich gar vollести el IDE. Er will nicht nur für die Arbeit und soake. Vielen Dank.